Pipedrive ist zwar sicher ein super Tool, trotzdem schadet es sicher nicht, wenn man sich die eine oder andere Anregung holen kann, wie man es richtig verwendet. Deswegen haben wir den First Day Pipedrive Club gegründet. Was ist dabei für Club-Mitglieder? Wir machen ein monatliches Webinar, bei dem wir uns treffen, austauschen, über Best Practices sprechen, Fragen beantworten und so weiter. Einmal im Monat, Webinar. Mit dabei ist auch die Videoplattform. Ich zeige es Ihnen einmal kurz, das schaut so aus. Auf der Videoplattform haben wir eine Menge Videos hochgeladen mit Premium-Anleitungen, Best Practices, Ideen, also für Leute, die gerne Videos schauen. Die Videoplattform ist enthalten. Mit dabei ist auch Premium-Support im Sinne von, Sie wissen ja, bei Pipedrive können Sie den Support verwenden über den Chat. Bei uns kann man sich ja auch über Video-Link einwählen. Dann treffen wir uns und haben Ihre Probleme sicher sehr schnell gelöst. Für Leute, die Slack verwenden, haben wir auch einen Slack-Channel und wenn Sie Mitglied sind, bekommen wir auch eine kostenlose Pipedrive-Partner-Lizenz für uns, damit wir dann auch da noch schnell und unkompliziert helfen können. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos für unsere Schützlinge. Wenn Sie Mitglied werden wollen, füllen Sie einfach das Web-Formular dann aus. Wenn Sie noch nicht von uns betreut werden, dann müssen wir Pipedrive sagen, dass Sie das machen wollen in Zukunft. Wir müssen einfach Pipedrive sagen, dass wir Sie betreuen. Dafür füllen Sie am besten einfach dieses Web-Formular aus. Der Rest hat für Sie keine Konsequenzen. Also, wenn Sie mehr wissen wollen, wie man Pipedrive richtig verwendet, einfach Mitglied werden im First Day Pipedrive Club.